Musik Du bist im Camp, USA. Hey, es ist besser, dass du dich an nichts erinnerst. Was machst du hier, Junge? Wer sind Sie? Ich bin heute offiziell vom Sektor E. Und was machen wir hier? Wir trainieren. Und wofür? Für die Anti-Terror-Einheit. Ja, also bist du jetzt hier im Camp USA. Okay. Hier werden die besten Männer aller Zeiten trainiert. Aber wieso wurde jetzt genau ich genommen? Ja, du hast einfach das Potenzial dazu. Wir beobachten dich schon dein ganzes Leben lang. Und zum Beispiel, als du drei warst, sind deine Eltern gestorben. Was? Es tut mir leid. Aber wer sind sie? Ich bin James Smith. Ich bin schon seit fünf Jahren hier. Und halt immer die Neulinge. Muss ich trainieren. Okay, dann lass uns mal anfangen mit dem Training. Okay, und was ist das hier? Ja, das ist so ein Funkgerät. Damit werden dir halt Sachen eingesprochen, wie du machen sollst. Was ist das denn? Die Terroristen greifen uns wieder an. Was? Passiert das hier jeden Tag? Nein, alle vier Stunden. Komm los, wir müssen raus hier! Smith! Smith! Wer bist du? Alibaba! 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 Nein! Was willst du hier? Ich will dir helfen! Aber wieso? Ich will dich hier Leben draus kriegen! Komm mit! Warte! 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 Du hast doch gesagt, du willst mich nicht umreden! Dann hab ich gelogen! Hörst du! Hörst du! Hörst du! Warte! Wollt ihr Schreit? Verräter! Achtung! 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 Das wirst du müssen, Verräter! Bist du... Nein! 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 Du bist bei einer Adoptionsfamilie aufgewachsen! Du bist bei einer Adoptionsfamilie aufgewachsen! Was? Du bist bei einer Adoptionsfamilie aufgewachsen! Du bist bei einer Adoptionsfamilie aufgewachsen! Du bist bei einer Adoption!